Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Until Dawn. Wir befinden uns jetzt auf dem Gebäude von dem alten Sanatorium, war es glaube ich, ich bin mir gerade nicht sicher. Der Typ ist da gerade rein verschwunden. Und wir sehen uns hier jetzt einfach mal ein wenig um. Vielleicht erwischen wir ihn ja, den kleinen Mistkerl, der Ashley umgebracht hat. Ne, es war nicht Ashley. Der Jessica war das. Jessica wurde umgebracht. Wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob es vielleicht auch ein bisschen an meinen Antworten lag, weil es kam heraus, dass ich sie am wenigsten leiden kann und in der nächsten Szene ist sie gestorben. Das ist schon ein komischer Zufall. Das ist ein sehr komischer Zufall. Ich schaue mich jetzt hier draußen mal noch so ein bisschen um. Was ist denn das nämlich da drüben dran? Und vor allem, wir konnten noch irgendwo hinsehen, wo er irgendwas zugemacht hat. Was haben wir denn hier? Baubehördlich gesperrt. Ab sofort ist allen Personen die weitere Benutzung oder Bewohnung dieses Gebäudes gesetzlich untersagt. Alles klar. Ich glaube ehrlich gesagt, dass hier eh zu ist. Ich teste einfach mal. Oh. Nein. Oh. Shit. Ich wollte da nicht rein. Scheiße. Geh wieder raus. Oh. 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 Ach du Scheiße. Ähm. Ich war aber da noch nicht fertig. War klar. Locked. Ja. Das haben wir jetzt gesehen. Okay. Das liegt da am Boden. Kann man nicht nehmen. Okay. Die Kapelle ist da drin. Das ist aber nicht passend für ihn. Der da Menschen umbringt. Kann man da raufklettern? Ja. Kann man scheinbar. Ich möchte mich da trotzdem draußen noch umschauen. Das war nämlich... Ich war da noch nicht fertig. Da war ich gerade noch nicht fertig. Da gab es nämlich rechts noch. Also von hier aus gesehen links. Oh. Das war immer so extrem dunkel. Holy shit. Das ist ja gar nichts mehr. Was haben wir denn hier? Ah. Genau. Da ist das Ding. Jawohl. Das habe ich gerade schon gesucht. Was ist denn das? Kann man da rein? Oh. Oh. Tatsächlich. Vielleicht finden wir hier erst noch was, bevor wir in die Kapelle gehen. Oder ich übersehe schon wieder die Hälfte. Das kann natürlich auch sein. Okay. Jetzt sind wir hier drin. Alles klar. Was finden wir hier? Was haben wir hier? Jetzt gerade erst mal noch gar nichts. Außer Gänsehaut. Holy shit. Da oben ist ein Loch. Da scheint man noch hoch zu können. Die Frage ist noch wie. Da ist auch irgendwas oben drauf. Ein Generator oder irgend sowas. Wie? Komm. Du kannst doch hier drüber da raufklettern. Oder? Jetzt stell dich nicht so an. Das ist jetzt die ganze Zeit so sportlich rumgetan. Wirst du da ja wohl raufkommen? Was ist denn hier? Ah. Das habe ich gerade noch gar nicht gesehen. Na schau an. Ah. Okay. Alles klar. Was gibt es hier hinten noch? Oh. Oh. Ein Totem. Okay. Verlust Totem. Holy freaking shit. Das möchten wir bitte nicht, dass es wahr wird. Auf keinen Fall. Ja. Achso. Den rechten Stick. Ah. Wenn ich nur den linken bewege, dann passiert da nichts. Habe ich so tatsächlich verstanden. Okay. Jetzt kann er da raufklettern. Und aktivieren, was auch immer da zu aktivieren ist. Das sieht zumindest so aus, als ob man da irgendwas aktivieren kann. Let's find out. Ich hoffe nur, wir machen da keinen Lärm oder so'n Scheiß. Weil wenn wir da jetzt irgendwie einen Kompressor oder einen Generator anschmeißen, dann könnte es etwas laut werden. Und der Typ holt uns und kriegt uns und wir sterben. Das möchte ich bitte vermeiden. Aber ich befürchte, dass wir hier nicht mehr rauskommen. Dass wir hier reingesprungen sind, war, glaube ich, endgültig. Ich habe, wisst aber auch in dem anderen Raum nichts mehr wieder raufgekommen wären. Um ganz ehrlich zu sein. Was haben wir hier? Ah, da klettert er da rauf. Okay. Er aktiviert also doch nichts. Zum Glück. Das ist anders. Das ist anders. No. Ernsthaft. Ich meine ernsthaft. Hätte ich auch den Haupteingang nehmen können. Sag mal. Fühl mich ein bisschen verarscht. Krass. Na gut, haben wir wenigstens alles gesehen. Kann man den drehen? Du wirst deine Nasenklampe brauchen, die riechen wirklich. Was? Hiermit informiere... Nimmst du das wieder in die Hand? Rettung der... Okay, ich halte er zwei ja schon mit durch. Ich habe gedacht, dass man es letztens nicht unbedingt gebraucht hat. Aber gut. Rettung der Bergarbeiter. Hiermit informiere ich Sie, dass die Rettung der Bergarbeiter morgen, 5. Januar, abgeschlossen werden soll. Da die Zahl der überlebenden Bergarbeiter unbekannt ist, bereiten Sie alle Betten auf Station A vor. Die Presse wird morgen vor Ort sein. Sie muss Zeuge werden, dass wir den Bergarbeitern die bestmögliche Behandlung angedeihen lassen. Beachten Sie, dass den Besuchern von der Presse der Zutritt zur Psychiatrie untersagt ist. Nicht beachten diese Anweisung würde sich schlecht auf Mr. Brake und das gesamte Sanatorium auswirken und hat kein... Ach, und hat eine fristlose Kündigung zur Folge. Okay. Und wir sollen eine Nasenklampe mitnehmen. Sehr schön. Es ist sehr nett, wie Sie mit den Menschen da umgehen. So. Da werden wir jetzt hin müssen. Denn ich sehe nicht, wie er da hochkommen soll. Schau da an. Blackwood Pine Sanatorium. Men Sana in Corpore Sanu. Äh, ich weiß noch nicht, welche Sprache das ist, aber ich glaube, Sana oder Sanu wird wahrscheinlich Sanity sich ableiten lassen und Corpore lässt sich wahrscheinlich vom englischen Korps ableiten. Das heißt, irgendwas mit dem Körper und Geist. Ähm. Sanity halt, dass man nicht wahnsinnig ist, sondern dass man da wieder geheilt wird. Ich leite ihn jetzt einfach mal aus dem englischen her. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Keine Ahnung. Das könnte Latein sein, was das gerade war. Ich kann leider kein Latein. Da oben komme ich nicht drauf. Keine Chance. Dann, gehen... Oh. War die Tür vorhin auch schon offen? Ach so, nee, die Tür ist nicht offen. Okay. Dann gehen wir mal in diesen... Komm. Kannst du mal dahin gehen, wo ich will? Jetzt. Dann gehen wir jetzt mal in diesen Admin-Bereich dahin. Und der geht hier so ganz entspannt. Ich würde einen Schritt schneller gehen, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Man soll auch nicht zu... Man sollte auch nicht zu laut sein, glaube ich. Das ist wahrscheinlich dann auch eher kontraproduktiv. Oh, was haben wir da? Unsafe? Ach so. Okay. Hopp. Oh. Leise. Oh. Das war laut. Das war laut. Hinweis an der Stechuhrkarten. 30 Stechuhrkarten. Holy shit, look at this. Ich hab keine Ahnung, was uns das irgendwie... ...helfen soll. Aber gut. Aber gut. Schauen wir uns mal ganz kurz die Hinweise an, die wir gefunden haben bis jetzt. Die Gasmaske. Eine alte Bergbau-Gasmaske. Laut der Beschriftung im Inneren gehörte sie einem Bergarbeiter namens Billy Bates. Die Verwaltungs-Utel ist eine Nachricht, in der das Personal darum gebeten wird, Betten für die Bergarbeiter vorzubereiten, die nach einem Unfall in der Mine gerettet wurden. Die Bergarbeiter wurden ins Sanatorium gebracht, um sich zu erholen. Und die Stechuhrkarten. Ein Stapel von 30 Stechuhrkarten aus der Mine, eingeschlossen in einem Safe. Das bedeutet, dass 30 Bergarbeiter in der Mine eingesperrt waren. Offensichtlich, ja. Stimmt. Von der Seite hatte ich das gerade noch gar nicht gesehen. Wo geht's da hin? Ich kann's nicht lesen. Morg. Okay. Morg ist, glaube ich, das Leichenschauhaus. Wenn mich gerade nicht alles täuscht, das Knurre wird lauter. Habe ich das Gefühl. Hinweis in der kaputte Kamera. Nehm doch den blöden Film da raus. Geht das nicht? Ich würde versuchen, den Film da irgendwie rauszunehmen. Hm. Goddammit. Die kaputte Kamera. Die Linse dieser Kamera ist zertrümmert. Sieht aus, als hätte das jemand mit Absicht gemacht. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So. Alter, das ist echt schlimmer wie in jedem Horrorspiel. Von welchem ich Schiss habe, dass jederzeit er stirbt. Und hier stirbt man ja endgültig. Oh, oh. Was gibt's hier noch? Ich seh schon, dass ich dem Typen gleich über den Weg renne. Das fände ich jetzt auch nicht so lustig, um ehrlich zu sein. Hinweis entdeckt. Reporter auf Blackwood Mountain angegriffen. Ein Reporter des Alberta Bugle wurde gestern von Sicherheitskräften des Blackwood Sanatoriums angegriffen und anschließend ins Krankenhaus eingewiesen. Chuck Bernstein. Ein leitender Nachrichtenreporter wollte die Bergarbeiter interviewen, die am Dienstag unter dramatischen Umständen gerettet wurden. Die Männer waren unter Tage für über drei Wochen eingesperrt, nachdem Befestigungen in der Northwest Miene im Dezember zusammengebrochen waren und werden jetzt wegen Unterernährung und Traumata im Blackwood Sanatorium behandelt. Jefferson Bragg, der Alleineigentümer der Northwest Mining Company und des Blackwood Sanatoriums, erklärte dem Bugle gestern der Vorfall sei bedauernswert und eine umfangreiche interne Nachforschung wird durchgeführt. Weiterhin behauptete er, dass Bernstein unerlaubnis das Sanatoriumsgelände betreten hatte. Es wird angenommen, dass der tägliche Angriff aufgrund eines Streits um Bernsteins Kamera entstand, die kurz zuvor konfisziert worden war. Okay, und dann wurde sie zerstört, damit... Okay. Damit keiner an die Bilder rankommt. Und die Bilder nicht mehr sehen kann. Oder damit er keine neuen Bilder machen kann wahrscheinlich, weil die Bilder müssen ja eigentlich immer noch... Ja, einsehbar sein eigentlich. Die sind ja deswegen nicht weg. Okay, da geht's nicht lang. Dann jetzt Richtung Morg. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das Wort hat nämlich noch nie gehört, bisher nur gelesen. Was gibt's hier? Oh, da oben krabbeln die Ratten rum. Der nächste Hinweis. Okay. Medizinische Notiz. Einer dieser Typen wollte mich beißen. Das werde ich Dr. Bowen melden. Medizinischer Bericht. Bericht betreffend Ausgangszustand der zwölf Bergarbeiter nach dem Einsturz der Mine und der anschließenden Rettung in Blackwood Pines. Das klang mir gerade ein bisschen zu nah, wenn ich ehrlich bin. Holy shit. Bei Aufnahme der zwölf Patienten in die medizinische Einrichtung des Sanatoriums hatten wir angenommen, die Männer seien völlig ausgemergelt, erschöpft und verwirrt. Jedoch machen die Bergarbeiter einen überzeugenden und relativ gesunden Eindruck, der sich auf ihren offensichtlichen Fund von Notrationen in der Mine zurückführen lässt. Wie prognostiziert wiesen einige der älteren Männer eine gehemmte Atemfunktion sowie Symptome einer Lungenentzündung auf. Auf psychologischer Ebene war der Wiedereingliederungsschock für einige Gruppenmitglieder nach der 23-tägigen Isolation schwierig zu bewältigen. Auch wenn ihr äußerlicher Gesundheitszustand besser als erwartet ist, besteht eine Beeinträchtigung aufgrund der Gefangenschaft in der Mine. Behandlung. Aufgrund der labilen Verfassung einiger der Patienten haben wir Flügel A des Sanatoriums abgeriegelt. Es werden sobald wie möglich psychologische Analysen durchgeführt. Die Männer mit Atemschwierigkeiten wurden einer Bronchioskopie unterzogen und erhalten eine Behandlung mit Streptomycin? I don't know. Die restlichen Patienten stehen rund um die Uhr unter strikter Beobachtung. Unterzeichnet der Dr. Nicholas Henry Faulis Bowen. Gott hat der einen Scheißner, wenn der irgendwo unterschreiben muss, hey. Eine halbe Stunde beschäftigt. Okay. Na hier findet man ja 10.000 Hinweise. Finde ich klasse. Geht's mit der Aufklärung immer ein bisschen weiter hier. Wir gehen immer näher auf diese Hunde zu, habe ich das Gefühl. Ich höre sie nämlich immer lauter. Die fallen uns jetzt aber nicht gleich an, oder? Oh, die Musik geht ganz weg. Das ist auch oft kein gutes Zeichen. Oh. Das war jetzt nicht gut. Oh, shit. Sehr schön. Damit lässt sich doch was anfangen. Damit lässt sich doch was anfangen. Oh, die Kamera hier ist ekelhaft. Man sieht überhaupt nichts. Keine Ahnung, wo ich hingehe. Oh ja, die Hunde sind hier unten irgendwo. Oh, oh. Alter. Ach du Scheiße. Fixierstuhl. Was ist hier passiert? Das Blut ist mir auch viel zu frisch. Oh, oh. Ich warte nur darauf, von den Viechern angegriffen zu werden. Man hört die in einer Tour knurren. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde klasse, dass wir hier jetzt schon so viele Hinweise gefunden haben. Und ich hoffe auch, ich übersehe keinen. Also, wenn ich mich kenne, bin ich bestimmt schon an einigen vorbeigerannt. Was haben wir hier? How many days will they keep us here? Wie viele Tage werden sie uns hier festhalten, ja? Holy shit. Die haben hier die Bergarbeiter eingesperrt. Und versucht, von den anderen Leuten wegzubringen. Wahrscheinlich, damit sie nicht reden, was sie wissen. Oh. Das ist nicht gut. Oh, Scheiße. Ich habe es gerade genau gesehen. Wo ist der Hund? Ich will ihn aber nicht umbringen. Er hat gerade eine Machete gefunden. Wie komme ich da rein? Da habe ich an der Tür vorbeigegangen. Warte. Ich möchte ihn nicht übersehen. Da ist doch noch was. Sag ich doch. Reply immediately. Also sofort antworten. Reporter und andere Schnüffler müssen um jeden Preis ferngehalten werden. Statusbericht. Statusbericht. Zwölf Überlebende in Sanatorium eingewiesen. Zeichen mentaler Traumata. Eventuell Fortsetzung nötig. Lokale Presse hat Blut gelegt. Wird zum Problem. Erbitte Anweisung. Alter. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. An dem Raum hier war ich noch gar nicht. Das ist spannend. Wie konnte ich den Raum übersehen? Ach so. Oh. Das hat er gerade gespeichert. Glaube ich. Aus irgendeinem Grund. So. Jetzt aber. Jetzt aber. Oh oh. Das ist der nächste Raum. Schauen wir natürlich auch rein. Oh oh. Ja ich hab die Maus oder Ratte oder was auch immer. Das war schon gesehen aber. Ich hoffe das war nur der Grund wegen der Musik gerade. Und nicht irgendwas anderes. So da oben bei dem. Waren wir da bei dem Raum mit dem Stuhl. Aber warte mal. Hier muss es doch noch mehr geben. Den Raum hier gibt's doch nicht umsonst. Oder? Oder vielleicht doch. Also ich find hier gerade auf jeden Fall nichts. Gut. Dann geht's hier lang weiter. Oh. 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 Alter. Let's creepy as fuck. Ernsthaft. Wer macht sowas? Das ist doch krank und ekelhaft. Oh 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 oh. Ah das ist dran. Oh. Ach du Scheiße. Oh shit. Alter nein. Wir hacken uns jetzt nicht die Hand ab. Kannst du's aufdrücken? Ah. Bärenfalle öffnen. Komm hey. Warum sollten wir uns die Finger abschneiden? Oh. Nein. Komm Alter. Mach das Ding auf. Es wird ja wohl funktionieren. Oh. Ist das Ding jetzt abgebrochen? Ja ist es. Aber du hast doch noch ein Stück. Komm. Damit kann man sich auch noch wehren. Es ist immer noch besser als den Finger zu amputieren. Oh hey. Holy shit. Oh das war eine wichtige Entscheidung. Oh fuck. Ich befürchte wir hätten das die Machete da noch gebraucht. Aber ne. Ich will jetzt. Wenn er sich jetzt da die Finger abschneidet dann verblutet der doch. Und wo ist der Hund der uns gerade noch gesehen hat? Ach du Scheiße hey. Holy fucking shit. Boah es ist halt echt schon wieder einfach nur heftig. Und zwar so richtig. Oh. Hinweis entdeckt. Seltsamer Schädel. Da geht's zur Chepa. Schauen wir uns hier erst noch ein bisschen um. Aber hier war doch der Hund oder? Gerade noch. Der kann doch keine Türen öffnen. Wie sie sehen. Sehen sie nichts. Oder? Oh oh. Mach nicht so viel Lärm. Hey da ist was. Nicholas Bowen. Angriff durch Insassen. Tödlicher Fleischwunde am Hals. War das nicht der Reporter? Was hat man davon, wenn man hier rumschnüffelt oder wie? Das ist ja vertrauenerweckend hey. So. Das nächste ist auch wieder was zum Lesen. Das hört hier drin gar nicht mehr auf. Aber ich find's klasse. Geht alles ein bisschen voran. Steht hinten auch was drauf? Zusätzliche Anmerkungen. Die Leiche wurde erst 6 bis 8 Stunden nach Eintritt des Todes gefunden. Teile der Gedämmen und Nieren wurden anscheinend vom Angreifer gegessen. Ugh. Holy shit. Sarah Smith. Ich sollte vielleicht immer erst die Vorderseite lesen, bevor ich die Rückseite lese. Ich bestätige hiermit, dass ich mich um die Verstorbene zuletzt vom 8. März bis 24. Februar gekümmert und zuletzt am 24. Februar lebend gesehen habe. Todesursache, schwere Fleischwunden am Unterleib. Intraabdominale Verletzungen. Hoher Blutverlust. Wenn der Tod durch externe Ursachen herbeigeführt wurde. Gewalt, bitte das folgende ausfüllen. Unfall, Selbstmord oder Mord? Mord. Art der Verletzung. Fleischwunde durch scharfes Werkzeug. Womöglich Fingernagel. Zusätzliche Anmerkungen. Bitte das Feld auf der Rückseite für weitere relevante Informationen ausfüllen. Dr. N. Bowen. Ach so, der Typ hat hier gearbeitet. Okay. Holy shit. Schauen wir da mal noch rein. Oh, da liegt jemand drin. Oh, fucken sick. Ich weiß, was wir sagen. Oh, hohohoho. Das ist fucking disgusting. Was haben wir hier? Na, wann gilt es endlich als Hinweis? Okay, lasst uns das ansehen. Oh, okay. Loslassen. Das hat er mitgenommen. Gibt es da noch was zu sehen? Nee. Puh, alles klar. Ja, dann würde ich auch tatsächlich sagen, dass wir die Folge an dieser Stelle hier beenden. Weiter geht es dann in der nächsten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Kommentar da. Gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald. Dann machen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir sind nach oben. Untertitelung des ZDF, 2020